Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 49.600 US-Dollar. Wir hatten gestern einen kurzen Abverkauf in unsere Fast-Buy-Zone hier runter bis auf 48.300 US-Dollar. Plan war ja eigentlich okay, dass wir hier runter in Richtung 48.200 US-Dollar runtergehen. Leider kurz vorher erst einmal, zumindest vorerst jetzt erst einmal gedreht und wir sind dann wieder direkt nach oben ins Golden Pocket reingekommen. Woran das jetzt gelegen hat und wie wir uns jetzt weiterhin positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall heute im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden natürlich auf die Free Room achten und natürlich auch mal kurz einen Blick auf Gold werfen. Nachdem ich hier gestern eine Korrektur gehabt, werde ich euch hier mal noch über den weiteren Fahrplan auf dem Laufenden halten. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das Ganze traden könnt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Momentan kriegt ihr wieder, wenn ihr 50 USDT einzahlt, nochmal 50 USDT als Trading-Bonus oben drauf. Also Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 49.600 US-Dollar. Wir haben einen relativ flotten Abverkauf gestern gesehen. Innerhalb von, ich sage jetzt mal, 2-3 Stunden ging es hier ordentlich nach unten. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, weil wir gestern Inflationsdaten aus den USA bekommen haben, die zwar im Jahresvergleich gesunken sind. Das heißt, von 3,4 auf 3,1 Prozent. Aber im Gegensatz zum Vormonat dann doch wieder leicht angestiegen ist. Das heißt, das Inflationsgespenst ist möglicherweise wieder da. Und das ist ja genau das, auf das Powell eben drauf achtet. Die Inflation soll unter 3 Prozent oder besser gesagt auf 2 Prozent runtergehen. Das hat er auch in der letzten Ansprache auch nochmal deutlich gemacht, dass das wirklich das Ziel von der FED sein sollte. Weshalb auch viele davon ausgehen, dass wir eben in der nächsten Sitzung keine Zinssenkung erst einmal sehen würden. Das hat natürlich auch die Kryptomärkte und auch natürlich auch die Stockmärkte ordentlich erstmal unter Druck gesetzt. Jetzt mittlerweile Krypto wieder deutlich, deutlich erholt. Und man sieht es natürlich auch dann wieder an den Funding Rates, die mittlerweile wieder absolut komplett Null auf Null sind. Also das heißt, komplett korrigiert sind. Das heißt, die meisten Long-Positionen, das war ja das, worüber wir gestern gesprochen haben, in diesen Anstiegen waren sehr, sehr viele Long-Positionen. Sieht man natürlich auch in einem Handelsvolumen vom 1-Stunden-Time-Frame, dass diese Volumina hier erst einmal abgeholt wurden. Daraufhin Funding-Fees natürlich wieder absolut neutral gesetzt. Und jetzt gab es wieder den ersten Anstieg hier hoch in unser Golden Pocket. Und genau das ist jetzt auch so ein bisschen die Trendwende. Ja, Trendwende-Area kann man dazu sagen, weil wir hier einerseits das Golden Pocket haben, andererseits eine Supply-Zone plus das 0786er. Und sollten wir hier oben jetzt nicht drüber kommen, und das ist eben auch gerade so ein bisschen die Idee, die ich habe, dass wir hier möglicherweise in den nächsten Stunden nochmal eine kleine Short-Position aufbauen, weil Volumen sehr, sehr tief im Keller ist. Wie gesagt, wir haben hier eine schöne Supply-Zone hier oben. Wir haben zwar die Vector-Candle, die hier eben auch noch drin ist, noch nicht ganz abgeholt. Das stört mich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Also wir haben auf jeden Fall noch Luft bis hier genau 50.000 US-Dollar. Das Daily Open liegt hier im Golden Pocket, also auch in dieser Area. Also es wäre wirklich nicht verkehrt, wenn wir einfach hier oben nochmal diesen Preisbereich nochmal antesten sollten. So um die 50.000 US-Dollar bis zum 0786er. Und da dann unseren Short, ja, sag ich mal, erst einmal einplanen. Kann aber sein, dass ich, wie gesagt, nochmal in der Telegram-Gruppe dann Bescheid gebe und sage, okay, nee, wir gehen jetzt hier erst einmal Short plus dann nochmal eine zweite Order hier oben am 0786er. Stop-Loss würde ich hier auf jeden Fall bei 50.000, 350.000, 400 US-Dollar setzen. Macht meiner Meinung nach derzeit am meisten Sinn, auch wenn die Funding-Fees wieder relativ human sind. Wenn wir uns das Open Interest angucken, sehen wir aber, okay, ist nur minimal nach unten hingegangen. Dafür, dass es ja die Tage davor teilweise 10, 20 Prozent nach oben hingestiegen ist, ist es jetzt hier eigentlich nur ein feuchter Furz wieder, der hier, ja, korrigiert ist. Also, das ist jetzt erstmal so grob der Plan. News-Technisch steht heute nicht wirklich was anderes, richtig Bewegung bringen könnte. Aber wie gesagt, Short-Szenario ist jetzt auf jeden Fall langsam im Play, was uns dann wirklich nochmal nach unten führen könnte. Zumindest nochmal in den Preisbereich hier runter zwischen 48 und 47.800 US-Dollar. Ansonsten sollten wir diesen Preisbereich hier unten verlieren, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir sogar nochmal tiefer fallen Richtung 45.000 oder 44.400 US-Dollar. Dann habe ich gestern noch in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, dass ich mich von 5 bis 10 Prozent meiner Bitcoin-Bestände wahrscheinlich trennen werde, sollten wir diese Woche nicht über diesen, ja, Widerstand bei 50.400 US-Dollar kommen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, das ist das Golden Pocket von unserem All-Time-High zu unserer Korrektur gezogen. Und da ich im letzten Bullrun überhaupt nichts, was BTC war, überhaupt verkauft habe, habe ich mich dazu entschieden, wenn wir weiterhin auf diesem Niveau traden sollten, aber nicht über diesen Widerstand rüberkommen, werde ich, wie gesagt, 5 bis 10 Prozent wahrscheinlich meiner Bestände erst einmal verkaufen, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass wir nochmal eine Korrektur sehen. Und mir würde es ehrlich gesagt auch schon reichen, wenn wir hier einfach so einen 10 Prozent Dampf nehmen, weil dann lässt sich für 10 Prozent billiger Bitcoin einkaufen. Man soll auch irgendwann mal Profite nehmen, ich habe es bereut, letzten Bullrun das nicht gemacht zu haben und wir sind jetzt gerade wieder bei 50.000 US-Dollar, 30, 35 Prozent noch zu unserem All-Time-High. Da habe ich mir gedacht, nee, ich teile es euch mit, so offen will ich dann sein. Ob ihr das dann macht, ist natürlich eure Sache, das ist einfach nur von meiner Seite aus, dass das zumindest mein Plan ist. So, gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Auch hier weiterhin erst einmal alles nach Fahrplan. Wir hatten hier eigentlich gestern ein mustergültiges Doppeltop gebildet, habe ich aber ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, ich will nämlich eher hier nochmal sogar nochmal ein höheres hochsehen. Das heißt, ich möchte hier den Preisbereich um 2717 US-Dollar möchte ich gerne nochmal reichen. Dann haben wir nämlich so ein insgesamt größeres Doppeltop gebildet. Wir haben die Liquidität von gestern, die wir dann doch hier wieder aufgebaut haben, noch abgeholt und wir hätten dann hier ein perfektes Doppeltop. Also auch hier würde ich gerne oder derzeit noch ein bisschen warten mit unserem Short. Das heißt, hier Doppeltop reinkriegen, über diese Marke von hier oben die Liquidität von diesem hoch auch nochmal abgreifen, weil ihr seht, hier drüben sehr, 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 sehr viel Volumen in diesem hoch, was hier oben drin ist. Und dann können wir hier möglicherweise die Korrektur ansetzen bis 2550 oder sogar, wie wir gestern drüber gesprochen haben, knapp unter 2500 US-Dollar. Also das ist erstmal so der Plan. Wir kämpfen hier momentan wieder mit dem Pivot R1. Mal schauen, ob wir da jetzt so einfach drüber kommen. Aber ansonsten für mich, ganz ehrlich, ist der Plan hier oben, weil hier oben liegt einfach die meiste Liquidität. So, dann kurzer Call zu Gold, weil das wurde jetzt eben gerade schon in der Telegram-Gruppe eben hier nachgefragt, wie es mit Gold aussieht. Ja, hier wurde auf jeden Fall der zweite Take-Profit jetzt mittlerweile ausgelöst. Also für alle, die hier noch in der Short-Position drin sind, die wir dann, wo waren das? Ich glaube hier oben, genau hier oben, da wo das Setup noch drin ist, wo wir hier Short gegangen sind, als zweiter Take-Profit wurde ausgelöst. Ich habe meine Long-Position verdoppelt oder unsere ältere Long-Position ist das erste Mal verdoppelt. Ich rechne aber auch hier jetzt erst einmal mit einem kleinen Reversal. Das war auch jetzt der Grund, warum ich jetzt erstmal gesagt habe, okay, ich verdoppel die Position. Ihr habt jetzt wahrscheinlich sogar nochmal einen besseren Anstieg. Wir haben jetzt kurzfristig auf dem 1-Stunden-Time-Film Bullish Divergence. Wir haben einen rasenden Abverkauf von gestern, was natürlich auch damit zu tun hat, weil der DXY extrem nach oben hingepumpt ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall kurzfristig die Chance mit der Verdopplung dieser Long-Position zumindest nochmal einen Jump hier in die, ich sage es mal, zwischen 2010 und 2018 US-Dollar-Marke zu bekommen. Im Best Case sogar bis hier hoch 25 US-Dollar, bevor wir dann möglicherweise den nächsten Abverkauf sehen. Dadurch, dass wir jetzt ebenso hohe Zinsen haben und diese wahrscheinlich auch noch fortführen, weil die Inflation eben nicht bei 2% festhängt, sondern eher noch momentan wieder etwas gestiegen ist, könnten das noch ein paar engere Monate, sage ich mal, für Gold werden. Langfristig, nachdem ich von einem Crash ausgehe, glaube ich aber, dass Gold immer noch eine sehr, sehr gute Investition ist und weil auch jemand gefragt hat, ob ich jetzt schon Gold bei New Eternal Life gekauft habe. Nein, hat aber den Grund gehabt, weil ich hier erstmal warten wollte, dass wir hier unsere Korrektur bekommen, weil ich seit Wochen hier darauf warte, dass wir endlich mal einen Abverkauf sehen. Also, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan, auch für Gold. Zwecks, Stocks würde ich momentan erstmal nichts machen. Ihr seht schon, hier ist so grob der Plan eingezeichnet, aber da möchte ich mich jetzt momentan nicht drauf verlassen und Forex wurde die Position nach Take Profit 1 jetzt erstmal ausgestoppt. Warum? Weil wir natürlich auch hier einen DXY-Pump gesehen haben und der Euro natürlich auch erstmal darunter gelitten hat. Hier werde ich mich dann wahrscheinlich auch erstmal eher short orientieren. Eventuell kommt hier noch ein kleines Long-Signal im Laufe des Tages. Ansonsten, war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns, denke ich, da morgen wieder. Joint in die Telegram-Gruppen rein. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt meinen Partner BingX ab. Und ansonsten, wenn es irgendwas gibt, Telegram-Gruppe könnte jederzeit Fragen reinstellen. Gut, dann war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.